In diesem Video erfahren Sie, wie man Kopfläuse behandeln kann. Haben Sie Kopfläuse gefunden, müssen diese möglichst schnell behandelt werden. Kontrollieren Sie am gleichen Tag alle Personen im selben Haushalt mit einem Läusekamm. Informieren Sie Kontaktpersonen sowie Schule, Kita und Vereine. Kaufen Sie in der Apotheke oder Drogerie ein Kopflausmittel. Wichtig! Behandeln Sie nur die Personen mit einem Läusemittel, bei denen Sie lebende Kopfläuse gefunden haben. Heutige Kopflausmittel sind ohne Chemikalien und wirken physikalisch. Lesen Sie die Packungsbeilage des Läusemittels sorgfältig durch. Tragen Sie viel Läusemittel aufs trockene Haar und massieren Sie es bis zum Haaransatz gut ein. Legen Sie während der Einwirkzeit kein Tuch über die Haare. Das Tuch saugt das Lausmittel auf und reduziert die Wirksamkeit. Halten Sie sich exakt an die vorgeschriebene Einwirkzeit. Nach Ablauf der Einwirkzeit das Haar mit Shampoo waschen und gut mit Wasser ausspülen. Dabei die Augen schützen. Am dritten Tag wiederholen Sie bei allen Personen im Haushalt die Läusekammkontrolle in nassen Haar mit Pflegespülung. Diese ist wichtig, da zwischen den Behandlungen noch Kopfläuse schlüpfen können. Am siebten Tag wiederholen Sie bei allen betroffenen Personen die Behandlung mit einem Läusemittel und gehen genauso vor wie am ersten Tag. Die zweite Behandlung ist wichtig, da diese die letzten Eier und eventuell noch nachträglich geschlüpfte Kopfläuse abtötet. Am zehnten und vierzehnten Tag wird die Läusekammkontrolle im nassen Haar mit Pflegespülung bei allen Personen im Haushalt wiederholt. Wenn Sie am vierzehnten Tag keine Kopfläuse mehr finden, ist die Behandlung abgeschlossen. Was nicht hilft bei der Behandlung von Kopfläusen? Waschen der Bettwäsche, Mützen und Stofftiere, Lockenstäbe, Weidenrindenshampoo, ätherische Öle, Haare färben, Mayonnaise und Petroleum-Packungen. Sie können Kopfläusen auch vorbeugen, indem Sie lange Haare regelmässig zusammenbinden, alle zwei Monate die nassen Haare mit einem Läusekamm kontrollieren und ebenfalls eine Kontrolle nach den Schulferien durchführen. Hier finden Sie noch weitere Videos zum Thema Kopfläuse, die Sie interessieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!